Religion war den tantristischen Sekten Indiens kein Lesen frommer Bücher oder Begehen altehrwilliger Bräuche, sondern das dauernde Suchen von Mitteln, jene Seelenzustände zu erzeugen, die den Menschen das Göttliche als eine Wirklichkeit höherer Art erleben lassen. Ekstatische Liebesbräuche sollten ebenso dazu dienen wie Musik, Farbwirkungen heiliger Bilder, Atemübungen, Naturstimmungen, aber auch zum guten Teil sehr gefährliche Rauschkräuter. Immer wieder finden wir darum bei ihnen den ebenso schönen wie mörderisch gefährlichen Stechapfel erwähnt, der den in seinen Gebrauch Ungeweihten mit großer Leichtigkeit in Irrsinn, Verblödung und tödliche Vergiftungen zu reißen vermag. Weil Gauner mit seinen Wirkstoffen die Widerstandskraft ihrer Opfer brachen, hieß er unter anderem Kitava oder Spieler, wie auch Durta, Täuscher, Betrüger oder Unmatter, also Trunken, Verrückt. Doch ein Kraut, das den Menschen in einen Strudel des Scheins reißt, galt gleichzeitig als ein Wegweiser, gerade den Schein der Welt zu durchschauen und göttliche Wahrheiten zu erkennen. So heißt der Stechapfel bei den alten Indern auch Shivshikara, was an Gott Shiva erinnern soll. Devaki, die Mutter des Gottes Krishna, ist gleichzeitig der Stechapfel, Datura. Der Stechapfel erscheint geradezu im Mittelpunkt von tiefsinnigen Götterbildern des tibetanisch-indischen Kulturkreises. Das Zusammenspiel der Chakras, der Mittelpunkte von Energieströmen im menschlichen Leib, wurde von Sehern mit einer Reihe aufblühender Dustura-Blüten verglichen. Ihr Weiß besaß offenbar überhaupt seine Bedeutung unter ihren mystischen Sinnbildern. Erst nach dem Mittelalter scheint nach dem Zeugnis der Kräuterbücher der Stechapfel richtig in Europa bekannt geworden zu sein, und man hat darum behauptet, dass Zigeuner seine Samen, Zitat, dessen sie sich bei ihren Betrügereien und auch zu ihrem eigenen Genusse als Narkotikum bedienen, zuerst nach Europa gebracht haben, Zitat Ende. Eine dunkle Zigeunersage erzählt tatsächlich, wie die Gattin eines großen Zauberers, von der alle die Nomaden ihrer Rasse abstammen sollen, in den Stechapfel verwandelt wurde, Zitat, den ihre Kinder mit sich in die Welt führen und überall verbreiten, Zitat Ende. Die Chemie der Hexenflüge. Als ein Freund von mir der magischen Zigeunertrommel mit den wahrsagenden Stechapfelsamen nachging, von der noch in einem anderen Abschnitt geredet werden soll, vernehmen wir in der Gegend von Salavo Valamont, dass Vagabunden, die sich früher besonders um den Murtensee herumtrieben, solche Pflanzen in den römischen Ruinen von Avange gesät haben, wo man sie noch lange finden konnte. Auch sonst ist der Gebrauch von Nachtschattengewächsen bei Zauberbräuchen in der Schweiz gut bezeugt, wo wir ja unter anderem auch die Ausdrücke Zigeunerkraut für das schwarze Bilsenkraut finden. Früher wurde aus der Pflanze besonders die Hexensalbe bereitet. Den Zigeunerinnen schreibt man noch heute die Kenntnis allerlei medizinischer und Zauberkünste zu. Einige Forscher gingen sogar so weit, aus den Wirkungen der gefährlichen Nachtschattengewächsen und vor allem des nach ihnen von den Zigeunern oder von Indien her eingeführten Stechapfels die verwirrende Gesichte zu erklären, dank denen seit dem 15. Jahrhunderts in den europäischen Berggegenden die Hexensekten aufblühten. Zitat, im Oriente dienten die Stechapfelgewächse zur Herstellung von berauschenden Getränken und Tabaken. Stechapfellextrakt spielt auch bei den Hexensalben sowie bei den narkotischen Zauberräucherungen eine gewaltige Rolle. Leider ohne den genauen urkundlichen Beweis zu veröffentlichen, behauptete ein deutscher Forscher, Zitat, deutlich ersichtlich nahmen Stechapfel- und Hexenprozesse denselben Weg. Der erste ist, soweit ich dies bei der Heimlichkeit der Anpflanzung im Anfange konstatieren lässt, immer kurze Zeit vor dem Beginne der Hexenprozesse in eine Gegend eingewandert. Deutlich mit den Hexenbünden im Zusammenhang standen die großen, meistens von der Obrigkeit einfach unter dem Begriff Räuber zusammengefassten, Banden des 17. und 18. Jahrhunderts, die nachgewiesenermaßen einen abenteuerlichen Glauben an Geister mit fremdländisch-abenteuerlichen Namen verfallen waren und geheimnisvolle Einweihungsbräuche in ihre verschworene Gemeinschaft kannten. Auch hier sind die Urkunden voll von Anspielungen über die verfluchte Arglist ihrer Liebestränke und ihre diesem oder dem Schnupftabak beigemengten Betäubungsmittel. Ausdrücklich wurde den gegen solch unruhiges Volk ausgesandten Soldaten verboten, solche Dinge, Zitat, von einem Fremden, den sie nicht genau kennen, anzunehmen. Durch den Genuss davon seien schon viele Knechte und Bediente unter diese schrecklichen Rotten verlockt worden. Immer wieder verdächtigte man darum, die Zigeuner und mit ihnen verbundene andere Außenseitergruppen schlimme Giftmischer zu sein, die durch ihre Drogen die Menschen süchtig und ihren dunklen Zielen dienstbar machten. Wenn zum Beispiel in Rollenhagens Froschmäuseler Pilze zu Kriegszwecken verwendet werden, so gilt dieses Verfahren als von Zigeunern gelernt, da man diesem Volk eben von jeher die Meisterschaft in allen Pflanzengiften zuschrieb. Einen durch das bei Zigeunern kennengelernte maßlose Rauchen von Nachtschattengewächsen verblödeten Bauern des Dreißigjährigen Krieges schilderte Jakob Julius David in seiner Novelle Verstörte Zeit. Und der Franzose Solis schrieb über eine zigeunerische Kräuterhexe seinen Roman Un Bohemien du Cinquant Siecle, der leider von gewissen Ziganologen sogar als eine echte geschichtliche Quelle angesehen wurde. Wie es auch Heinz von Kramer in seinen Zigeunererzählungen einbaute, wollten die Bürger, denen es um Vorwände zu Verfolgungen der fremden Horden ging, stets Beweise haben, dass die Ägypter, also Zigeuner, überall in der Gegend Stechapfelsamen gesät hätten, die giftigste Pflanze, die es gäbe, und dass diese schon an allen Ecken und Enden ins Kraut zu schießen beginne. Man hat sogar behauptet, dass die Erscheinungen des Hexenwesens vor allem erst deshalb verschwanden, weil die Lebensgewohnheiten von Stechapfel und Bilsenkraut, beides Schuttpflanzen, mit der Umweltgestaltung durch unsere Zivilisation beeinträchtigt werden. In den letzten Jahren seien sie sehr selten geworden, da die allgemeine Pflasterung und die intensivere Benutzung aller vorhandenen Plätze zu Kulturzwecken ihnen immer mehr die Grundlagen des Daseins entziehen. Das Geheimnis der Zauberei Die ganze Kräuterwissenschaft scheint aber zu beweisen, dass die Zigeuner gegenüber dem riesigen Gebiet der Magie grundsätzlich eine viel sachlichere, wenn man will, naturwissenschaftlichere Einstellung hatten, als unsere noch immer von Schulbüchern als aufgeklärt, logisch bezeichnete Zivilisation lange Jahrhunderte hindurch. Die Hexe im europäischen Sinne, als böse, hässliche Teufelsdienerin, war dem Zigeuner fremd und blieb es wohl bis heute. Es gibt keinen Satan in Indien. Und ebenso wenig bei den indischen Einwanderern in unseren Ländern stellte deren großer Kenner Leland fest. Hexen sind dem Zigeuner nicht mehr und nicht weniger als Frauen mit gewissen geerbten Eigenschaften und erworbenem Wissen über bestimmte Naturkräfte. Das Wort für Wahrsagerin, Kartenleger usw. ist bei den Zigeunern Drabarni, wobei dieses Wort genau wie eine Reihe von Zigeunerwörtern für Zauberei, Gebet, Buch, ursprünglich wohl Zauberbuch oder Gebetbuch, Lesen, Lehrer, Schule, Frömmigkeit, Medizin, Apotheke usw. auf das Drab, Drab oder Trap zurückgeht. Und das bedeutet Kraut, Wurzel, auch Arznei, Droge, Gift, altindisch Dravya. Zauberei bedeutete den Zigeunern und damit allen europäischen Magiern, die bei ihnen in die Schule gingen, nichts als eine echte Naturwissenschaft, eine genaue, selbstverständlich für Laien sehr gefährliche Kunde über das Zusammenspiel pflanzlicher Wirkstoffe und verborgener Fähigkeiten unseres Bewusstseins. Zitat, wenn ihr sehen wollt, wie Gnomen und Kobolde, Gnomes e Farfadets, auf der Erde erscheinen, wird euch der Magier raten, einen Duft, also Parfum, herzustellen, der aus dem Dampf zusammen verbrannten Korianders, Schierlings, Bilsenkrauts entsteht. Zitat Ende. Der deutsche reisende Kämpfer erhielt von seinen indischen Gastgebern einen etwas besonders zubereiteten Stechapfel. Er fühlte sich dann in der Gesellschaft so lustig wie niemals in seinem Leben. Man lachte einander an und umarmte sich. Der Heimritt kam jedermann vor, als wenn sie durch die Luft flogen. Sie sahen überall um sich herum Regenbögen und die schönsten Farben. Gewöhnliche Speisen erschienen ihnen wie ein Festessen an kostbarer Tafel. Finden wir hier nicht alles Erlebnisse, wie wir zum Beispiel sie in den Sagen von Zusammenkünften der Zauberer dauernd vernehmen? Als Erscheinungen bei Menschen, die gemeinsam unter Einfluss von Nachtschattendrogen kamen, hat man in der Neuzeit beobachtet. Zitat, dabei glauben sie, aneinander zu kleben und gar nicht anders handeln zu können. Zitat Ende. Jede noch so läppische Handlung des einen wurde von den Schicksalsgenossen genau wiederholt. Im Märchen Hans von der Goldenen Gans wurde schon vermutet, scheint ein solcher Rausch, wohl durch Stechapfelsamen provoziert, geschildert zu sein. Wer denkt hier nicht an die seltsamen fahrenden Geiger der Alpenüberlieferung, denen jeder blind folgen musste, ob er es nun wollte oder nicht. Was die berühmten Flugerlebnisse unserer Hexen angeht, so erinnern wir uns nur an die Behauptungen von Moratori, der Träume dieser Richtung auf gut funktionierenden Blutkreislauf zurückführte. Gerade dann, wenn der Mensch sich besonders gesund fühle, würden Flugträume entstehen. Die Wirkstoffe, die in Nachtschattengewächsen nachweisbar sind, scheinen die Voraussetzungen zu entsprechenden Gesichtern zu erschaffen. Hyoskyamin ruft ausgesprochene Flugerlebnisse hervor, die mit üppigsinnlichen Bildern einhergehen. Mehrfach wird betont, dass der Flugraum mit einer freien und ungehinderten Atmung korreliert ist. In einigen Asthmamitteln ist auch Hyoskyamin enthalten. Wenn unsere Ahnen von fahrenden, fahrendem Volk redeten, hörten sie aus diesen Worten nicht nur heraus, dass solche Menschen Nomaden seien, sie vernahmen hier auch die Anspielung auf die Zigeunerkunst des Fahrens oder Fliegens, Reisens durch die nächtlichen Lüfte. Der sesshafte Mensch neigte gegenüber den magischen Erlebnissen, wie er sie in den Feensagen vernahm, zu zwei Erklärungsversuchen. Entweder schützte er sich vor der Angst gegenüber dem Unbekannten, indem er alle entsprechenden Geschichten als Lügen bezeichnete, oder er erkannte in ihnen einen wahren Kern und verfiel dann dem zu Hexenverfolgung führenden Aberglaube an übersinnliche dämonische Mächte. Seelenreisen durch fantastische Gesichter waren dagegen für die fahrenden Zauberer niemals übernatürlich, sondern Bestandteil ihrer uralten Naturwissenschaft. Die Nomaden waren damit vom 15. bis 18. Jahrhundert nicht nur die Lehrer der Europäer auf dem Gebiet der Magie, sie waren es auch auf dem einer richtig verstandenen Aufklärung des verstandesmäßigen Begreifens unserer Welt.